Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den Asus Face & Body Advance Kalender, Leute. Und zwar den mit den 24 Türchen. Ich habe bereits den mit 12 Türchen ausgepackt und der war der Oberhammer. Der war für nur 38,99 Euro. So krass. Ihr könnt da gerne mal vorbeischauen, ich verlinke euch das im i. Aber heute geht es um den 24 Türchen und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Und Leute, ich lese euch noch kurz vor und zwar soll der einen Wert von über 400 Euro haben. Gesichtspflege und Styling Produkte für die Haare. 13 Originalgrößen von zum Beispiel Clinique, MAC, Marvis, Too Faced und Bare Minerals. Oh mein Gott, ich bin gehypt. Und wir starten direkt ins Video. So, das bleibt dann noch über und das ist richtig cool. Richtig schöne, durchsichtige Box wieder. Die ist recycelbar und die könnt ihr auch wiederverwenden, wiederbefüllen, Leute. Und die sehen echt schön aus. Also es ist zwar jetzt nicht so ein weihnachtliches Design, muss man echt dazu sagen. Das ist wirklich so ein einziger kleiner Kritikpunkt. Aber ansonsten richtig cool nachgedacht ist es. So, und wir starten direkt mit Türchen Nummer 1. Und da bin ich schon sehr gespannt, was da drinnen ist. Türchen Nummer 1 ist von Bare Minerals. Und zwar ein Vital Power Infusion Serum. Sieht mal von außen hier so aus. Nach dem Waschen, also nach dem Reinigen zwei Pumpstöße übers Gesicht geben. Was ist das jetzt wirklich? Ist das ein Serum? Long Life, ja, wird ein Serum sein. 7,5 Milliliter und so sieht das Ganze dann aus. Das finde ich eigentlich sehr cool. Kenne ich so halt gar nicht. Türchen Nummer 2 sieht so aus. Und es geht weiter mit einem Produkt von Emma Hardy. Oha, das habe ich schon öfter mal irgendwo gehört in YouTube-Videos. Purifying Pink Clay Detox Mask. 15 Milliliter ist auch anscheinend cruelty-free, was ich sehr cool finde. Ja, 10 bis 15 Minuten drauf lassen. Und sowas teste ich immer sehr, sehr gerne. Dann geht es weiter mit Türchen Nummer 3. Das ist ein großes, was wird da drin sein? Eine Maske. Klar. Von Ziza Pair Tiger Grass Calming Mask. 25 Gramm. Ah, von Dr. Yard. Ähm, die kenne ich sogar so in die Richtung. Das ist eine Single-Use-Mask. Und das ist wieder eine, genau, koreanische. Deshalb kenne ich die. So sieht die aus. Also das Design ist wirklich sehr, sehr schön. Und die Verpackung auch sehr hochwertig. Und koreanische Masken sind ja der Hammer. Und das ist, glaube ich, genau, das ist eine komplette Maske. 27 bis 20 Minuten oben lassen. Beruhigt empfindliche Haut. Türchen Nummer 4 ist von Knie. Juhu. Ähm, die Moisture Surge, ähm, Gelcreme. Leute, die kennt ihr bestimmt alle. Das ist wirklich so ein krasses Gel. Wenn ihr wirklich trockene Haut habt, gebt ihr das in der Nacht auf. Und eure Haut wird so, so, ähm, mit Feuchtigkeit... Feuchtigkeitsspendend gepflegt. Das ist deutsch. Türchen Nummer 5 ist etwas länger. Und das ist eine Pure Skin... Ein Pure Skin Face Cleanser von First Aid Beauty Fab. Kenne ich gar nicht, die Marke. Habe ich noch nie gehört. 56,7 Gramm. Okay. Für sensitive Haut. Sehr schön. Ist auch Allergie getestet und ohne Parfum. Klingt cool. Türchen Nummer 6 ist... Oh mein Gott, der Größenunterschied ist einfach mal so heftig. So eine große Verpackung, so ein kleines Türchen. Ist ja eigentlich der Nikolaus. Und da ist von Psychic Sisters so ein Roller drinnen. Ihr kennt den ja bestimmt alle. Der soll so auf der Haut kühlen und pflegen. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber warum ist der in einer 6 drinnen? In einem Nikolaustürchen? Hm. Da war vielleicht das Türchen Nummer 5 dann auch noch besser für den Nikolaus. Türchen Nummer 7 ist Living Proof Perfect Hair Day. Ein Styling Treatment. Und zwar sind das 30ml. Sieht aber sehr schön clean aus, die Verpackung, finde ich. In Türchen Nummer 8 ist ein bisschen was schwereres drinnen. Und zwar ist da von Origins... Das ist eine coole Marke. Da wollte ich schon länger was davon testen. Die Aktivkohle Maske für gereinigte Poren. So sieht die aus. Das ist auch bestimmt eine 75ml Größe, oder? Ja, 75ml. Also das ist ein Full Size Produkt und wirklich sehr cool. Also da bin ich richtig gespannt. Porenreinigung, Aktivkohle Maske. Wow. Cooles Produkt. Also bisher mein Highlight Produkt. In Türchen Nummer 9 ist wie, glaube ich, im Estes Adventskalender oder im Zalando. Wieder dieses Pillow Spray. Love Sleep Pillow Spray. Mit Iliang Iliang und Patouli. Kennt ihr das von meinen Duschgelen noch, das Iliang Iliang? Das ist so ein Sprühkopf. Einfach ganz normal. Das gibt man sich dann aufs Kissen. Und da soll man dann einfach besser schlafen können, glaube ich. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Demnächst, wenn ich dann im Dezember die Produkte benutze. Und zwar sind da 10ml drin. Türchen Nummer 10 ist auch wieder ein bisschen schwerer. Und da ist von Nipfab oder Nipplusfab Illuminate ein Vitamin C Fix Tonic drinnen. Oha, das ist cool. Das ist wirklich cool. 100ml. Und sowas finde ich einfach so geil zum Testen, Leute. Mega geil. Die sind aus London. Türchen Nummer 11. Und auch schon das letzte hier für die obere Schicht. Weil es ist in so zwei Schichten aufgeteilt. Türchen Nummer 11 ist von Mavis. Oha, die hat meine Schwester letztes Mal weggehauen, weil die so schlecht war. Die mit Zimt. Und das ist jetzt die Classic Strong Mint. 10ml. Und ja, ihr habt einfach die mit Zimt gar nicht geschmeckt. Aber die mit Mint könnte ganz gut sein. Ich habe die mit Zimt noch nicht getestet, aber das wird demnächst mal passieren. Und ja, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Aber Minze ist auf jeden Fall sehr cool. Glaube ich könnte gut schmecken bei einer Zahnpasta. So, und jetzt geht es weiter mit dem unteren Teil des Adventskalenders. Mit Türchen Nummer 12. Und das ist jetzt schon ein bisschen schwerer. Das ist jetzt auch die Halbzeit. Also da erwarte ich jetzt auch was ganz Cooles drinnen. Und es ist von Aveda. Ein Damage Daily Hair Repair. 100ml. Ist auch so eine Art Hitzeschutz. Finde ich sehr cool. Ist made in USA sogar. Wo ist da immer das Deutsche? Gut schütteln, eine geringe Menge verreiben und ins feuchte Haar einmassieren. Zum Verteilen auskämmen und nicht ausspülen. Ja, das ist glaube ich auch ein teures Produkt. Und da bin ich gespannt drauf. Ich liebe Haarprodukte zu testen. So wie Lippenstifte auch. Mag ich auch so gern zum Testen. Und da kann man sich wirklich bei Adventskalender so toll durchprobieren. Türchen Nummer 13 ist ein bisschen schwerer. Aber, boah, was haben wir da drinnen? Von Elemis. Eine Pro-Kollagen-Marin-Cream. Anti-Wrinkle-Day-Cream. Alter Verwalter. In der Größe 30ml. Leute, ich glaube, das ist ein richtig teures Produkt. Und die wird bestimmt auch versiegelt sein. Ja, die ist auch noch komplett versiegelt. 30ml. Das ist wahrscheinlich bisher das teuerste Produkt in dieser Adventskalender. Sehr schön. In Türchen Nummer 14 sind zwei Produkte. Und zwar Sunday Riley. Und zwar einmal ein 15% Vitamin C Brightening Serum. Und einmal ein Glycolic Acid Treatment. So sehen die aus, Leute. In Türchen Nummer 15 haben wir von Dr. Pau Pau. Multi-Propos Smoothing Balm with Natural Pau Pau. Cool, tea-free und vegan. Für die Lippen, für die Wangen. Also das ist, glaube ich, diese, ja genau, diese Blush Cream. Kann man das so sagen? Red Balm. Da bin ich gespannt drauf. Weil die war nämlich im anderen Acers Adventskalender auch drinnen. Aber in einer kleineren Größe. Und das habe ich noch nie ausprobiert. Aber klingt so interessant. Türchen Nummer 16. Oh mein Gott, das ist ein Kracher. Leute, das ist von Shiseido. Das Power Infusing Konzentrat. Das hat 10ml. Und das ist krass. Schaut mal. Da kostet nämlich, glaube ich, die 70ml Größe schon 80 Euro. So was. 100ml kosten 95 Euro. Also das ist schon sehr, sehr teuer. Das hatte ich meiner Schwester nämlich letztes Jahr für Weihnachten oder so gekauft. Oder für Adventskalender. Und das habe ich wirklich für 91 Euro gekauft. Türchen Nummer 17 ist wieder sehr leicht. Ah, wir, oh mein Gott, wir haben da von Too Faced die Better Than Sex Mascara. Das ist eben mit 3,9 Gramm. Also diese Mini Größe für Volumen. Oh mein Gott. Und das Foto sieht richtig vielversprechend aus. Und ich finde ja immer, bei diesen kleineren Mascaras wird das Ergebnis auch so schön. Also ich bin auch zufrieden mit so einer kleineren Größe. Und dann kann man die ja mal probieren. Und wenn einem die gefällt, kann man sich die in der großen Größe kaufen. Also das finde ich ganz cool eigentlich. Türchen Nummer 18 ist von Becca Oha, der Backlight Priming Filter. 15ml, Leute. Hier geht es richtig ab. Wir haben von Too Faced, von Shiseido und jetzt von Becca ein Produkt drinnen. More than just a primer. Ah, es ist ein Primer. It's the secret behind the iconic Becca glow and acts as an instant filter. Ah genau, da hat es ja geheißen, dass es die Poren so verschwinden lässt, oder? Liege ich da richtig? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr den schon kennt. Türchen Nummer 19 ist so lang. Was kann da drinnen sein? Ah, das ist ein Pinsel und zwar von Spectrum. Der B08. Und der sieht wirklich sehr cool aus. Er ist aber, oha, der ist wirklich übergröße lang. Und dann eben mit so einer kleinen Spitze hier. Das ist wahrscheinlich, entweder ist das ein großer Lidschattenpinsel oder vielleicht ein Highlighterpinsel. Schaue ich euch noch nach. Übrigens, ich werde alle Preise raussuchen, ausrechnen und euch unten die Produkte hinschreiben mit den Preisen. In der Infobox findet ihr das alles in Türchen Nummer 20. Und jetzt gehen wir schon auf den Weihnachtstag zu. Ähm, Laura Mercier. Boah, das ist scheißteuer. Pure Canvas Primer. Silikon Free. Das sind 25ml, also eine kleinere Größe. Außer bei so einer teuren High-End-Marke könnte das vielleicht sogar eine Originalgröße sein. Muss ich nachschauen. Also wir haben zwei richtig krasse High-End-Primer hier schon drin gehabt. Türchen Nummer 21 ist richtig groß. Und da ist drinnen von Indeed Laboratories die Night Mask. 50ml. Die sind aus Toronto, Kanada. 15 Minuten lassen wir die oben. Natürlich nicht 50. Sieht sehr interessant aus. Und auch die Verpackung ist sehr schön und clean. Also das würde ich mir definitiv ins Badezimmer stellen. Türchen Nummer 22 ist sehr leicht. Ah, und da haben wir von Elure London die Enchanted Lashes drinnen. Mit 1ml Wimpernkleber. Die kann man bis zu 5 Mal wiederverwenden. Die sind latex-free. Vegan-friendly. Und wir kommen zum vorletzten Türchen. Türchen Nummer 23. Und das ist... Oh mein Gott, das wollte ich mir letztens kaufen von The Ordinary. Äh, okay, das ist ein anderes. Caffeine Solution 5% Eye Contour. Das sind ja diese Serum Drops oder wie man das nennt. So sieht das aus. Und da wollte ich mir mal so ein anderes Serum davon kaufen. Die haben wirklich so viel Auswahl. Das gibt es auch mit AHA, BHA-Säuren, Vitamin C, alles mögliche. Aber da muss man sich schon wirklich auskennen. Weil da sind auch teilweise so Stoffe drin, die vielleicht... Also man muss sich halt informieren, was für seine Haut passt. Sagen wir es mal so. Aber es ist ein sehr schönes Produkt. Und Türchen Nummer 24 ist so mega klein, Leute. Das muss jetzt der Kracher sein. Was ist so klein und so cool? Hm? Ja. Ein MAC Matt Lipstick. Leute, das ist eine geile 24. Sehr schön. Und die Farbe heißt Marrakesh. So ein dunkler Rot. Und wir schauen es uns kurz an. Den habe ich auch noch nicht. Sieht so aus wie der typische MAC Lippenstift. Und ist wirklich ein sehr schöner Ton, der glaube ich zu vielen passen würde. Und ja, okay, er ist schon ein bisschen dunkler. Aber, oha, die riechen immer so gut. Aber ein mega 24 Türchen. Richtig geil. Oha, gefällt mir mega gut. Also MAC Lippenstifte kann ich hunderte haben. Die habe ich auch jeden Tag fast oben. Also wirklich ein sehr toller Adventskalender. Ich würde jetzt den Wert auch so auf die 400 Euro schätzen, weil ich glaube, dass diese eine Creme von der Marke Elemis richtig teuer ist. Und deshalb würde ich den Wert jetzt wirklich schon hoch schätzen, weil er hat das Shiseido Serum. Ist in der kleinen Größe auch schon so viel wert, Leute. Das werde ich definitiv weiter verschenken an meine Schwester. Das mag sie echt sehr gerne. So für mich hat der Adventskalender einen 9,5 von 10 verdient. Irgendwie gebe ich nie eine 10 her, weil ich nicht weiß, was noch kommt. Aber das ist schon ziemlich einer der geilsten Adventskalender, die ich habe. Ich habe ja auch noch den ganz teuren von Flaconi, den L'Oreal Lux. Dann kommt auch noch der Amazon Adventskalender. Der hat auch einen geilen Wert. Aber es sind sicher nicht so viele hochwertige Pflegeprodukte mit drinnen. Also würde ich den schon wirklich sehr, sehr hoch einstufen. Ist sicher einer der Top 3. Und den kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Auspacken macht sehr viel Spaß. Ihr habt viel Variationen mit drinnen. Auch Marken, die man mal nicht kennt. Und ich habe auch schon gehört, dass viele, die was so Glossyboxen und so abonniert haben, vielleicht ein paar Produkte davon schon kennen. Habe ich in Videos gehört. Aber für mich ist es komplettes Neuland. Ich habe solche Boxen nicht abonniert. Und deshalb finde ich es echt cool, mal sowas auszutesten. Und vor allem Laura Messier und Becca, hallo. Wann würde man sich jetzt mal solchen teuren Primer kaufen? Also ich würde für einen Primer wahrscheinlich nicht so viel Geld ausgeben. Deshalb freue ich mich immer, wenn es in Adventskalendern drinnen ist. Und ich hoffe, euch gefällt diese Adventskalenderei. von mir. Ihr könnt auch gerne noch meine anderen Videos auschecken. Ich verlinke euch hier oben die Adventskalender-Playlist. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe auf eure, auf euren Support. Und dann sehen wir uns im nächsten Video schon bald wieder. Tschüss. Und dann sehen wir uns im Chat regional. Tschüss. 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 Musik. 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 Musik.